Und dazu der Tipp, baut es ein, setzt euch den Schnitt, weil die ganze Messerei und Anreißerei, das bringt euch wirklich alles nichts. Ich baue es ein, habe genau dieser Schnitt und dieser Schnitt passt mir genau dorthin, wo er sein soll. Wenn wir es richtig drin hatten, ja. Genau. Okay. So. War nicht anders zu erwarten, sieht gut aus, Peter. Auch das Stück, was der Peter jetzt zurechtgeschnitten hat, passt hier hervorragend. So. 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 So.